Hallo zusammen, heute erkläre ich euch das Umwandeln von Hohlmaßen. Schauen wir uns erstmal an, was Hohlmaße überhaupt sind. Dazu merken wir uns, das Fassungsvermögen von Körpern wie Fässern, Eimern und so weiter bezeichnet man als Hohlmaß. Hohlmaße werden stets durch eine Maßzahl und eine Maßeinheit angegeben, zum Beispiel 5 Liter, 5 ist die Maßzahl und Liter ist die Maßeinheit. Folgende Hohlmaßeinheiten sind gebräuchlich. 1 Hektoliter, abgekürzt HL, Liter, abgekürzt L, Deziliter, abgekürzt DL, das ist seltener, Centiliter, abgekürzt CL und Milliliter, abgekürzt ML. 1 Hektoliter sind 100 Liter. Um von Hektoliter auf Liter umzuwandeln, müssen wir die Maßzahl mal 100 rechnen. Rechnen wir zurück, rechnen wir geteilt durch 100. 1 Liter sind 10 Deziliter. Von Liter auf Deziliter umzuwandeln, rechnen wir mal 10 und rechnen wir zurück, rechnen wir geteilt durch 10. 1 Deziliter sind 10 Zentiliter. Von Deziliter auf Zentiliter umzuwandeln, rechnen wir mal 10 und zurück rechnen wir geteilt durch 10. Und 1 Zentiliter sind 10 Milliliter. Um von Zentiliter auf Milliliter umzuwandeln, rechnen wir mal 10. Rechnen wir zurück, rechnen wir geteilt durch 10. Wir haben also überall die 10 als Umwandlungszahl, außer bei Hektoliter. Was ihr auf jeden Fall wissen solltet, 1 Liter sind 100 Zentiliter und 1 Liter sind 1000 Milliliter. Obacht, Achtung, die Umwandlungszahl ist wie gesagt 10, außer bei Hektoliter, da ist sie 100. Nochmal ein Beispiel, 1 Liter sind 1000 Milliliter. Wandeln wir jetzt von der größeren in die kleinere Maßeinheit um, dann wird die Zahl größer. Umgekehrt, von der kleineren in die größere Maßeinheit, dann wird die Zahl kleiner. Also das eine wird größer, das andere wird immer kleiner. Obacht, Achtung, die Vorsilbe Hekto bedeutet mal 100, man muss also 1 Liter mal 100 rechnen, um auf Hektoliter zu kommen. Die Vorsilbe Dezi bedeutet geteilt durch 10, man muss also 1 Liter geteilt durch 10 rechnen, um auf Deziliter zu kommen. Die Vorsilbe Centi bedeutet geteilt durch 100, man muss also 1 Liter geteilt durch 100 rechnen, um auf Zentiliter zu kommen. Und die Vorsilbe Milli bedeutet geteilt durch 1000, man muss also 1 Liter geteilt durch 1000 rechnen, um auf Milliliter zu kommen. Wir merken uns, mithilfe der Einheitentafel kann man Hohlmaßeinheiten umwandeln. Und diese Tafel schaut wie folgt aus. Hektoliter mit den hunderteren Zehnern einer, Liter mit Zehner und einer, Deziliter, Zentiliter und Milliliter. Und jetzt machen wir Beispiele dazu. Beispiel A. 253 Liter in Hektoliter. Obacht, Achtung, trage die Ziffern von rechts nach links bei der gegebenen Einheit ein. Gegeben sind die Liter, ich beginne also hier mit der Ziffer ganz rechts, mit der 3. Links davon ist die 5 und links davon kommen die 2 hin. Das Komma kommt hinter die gesuchte Einheit. Hektoliter sind gesucht, also kommt das Komma bei Hektoliter hin. Und 253 Liter sind jetzt 2,53 Hektoliter. Zweite Möglichkeit, wir wandeln von Liter in Hektoliter um. Die Umwandlungszahl ist 100, ich muss das Komma also um 2 Stellen nach links verschieben. Das Komma ist eigentlich hinter der 3 und jetzt um 2 Stellen nach links verschieben und ich erhalte 2,53 Hektoliter. Beispiel B. 12,750 Liter in Milliliter umwandeln. Trage die Ziffern wieder von rechts nach links bei der gegebenen Einheit ein. Liter sind gegeben, wir beginnen mit den Einern mit 2, kommt bei Litern zu den Einern. Links davon ist die 1, so rechts von der 2 war die 7, die kommt rechts davon hin. Rechts davon ist die 5 und rechts davon die 0. Das Komma kommt hinter die gesuchte Einheit. Milliliter sind gesucht, das Komma kommt also bei Milliliter hin. Wir haben also 12,750 Liter sind 12.750 Milliliter. Zweite Möglichkeit, wir wandeln von Liter 3 Einheiten nach rechts um. Also muss das Komma auch um 3 Stellen nach rechts verschoben werden. Und hinter der letzten Ziffer kann man es auch weglassen. Beispiel C. 85 Zentiliter in Hektoliter. Obacht, trage wieder die Ziffern von rechts nach links bei der gegebenen Einheit ein. Zentiliter sind gegeben, wir beginnen mit der rechten Ziffer 5 bei Zentiliter. Links davon ist die 8. Das Komma kommt hinter die gesuchte Einheit. Hektoliter sind gesucht, also kommt das Komma bei Hektoliter bei den Einern hin. Und jetzt noch ergänze fehlende Nullen. Hier eine Null, hier eine Null und links vom Komma muss auch eine Ziffer stehen, also noch eine Null ergänzen. 85 Zentiliter sind also 0,0085 Hektoliter. Beispiel D. 21 Hektoliter und 5 Liter in Milliliter. Obacht, trage wieder die Ziffern von rechts nach links bei der gegebenen Einheit ein. Gegeben sind die Hektoliter, wir beginnen mit der rechten Ziffer 1 bei Hektolitern und Einern, links davon die 2. Und 5 Liter sind gegeben, also bei Liter, bei Einern die 5 hin. Das Komma kommt hinter die gesuchte Einheit. Milliliter sind gesucht, also kommt das Komma bei Millilitern hin. Und jetzt ergänze wieder fehlende Nullen. Wir müssen hier zwischen eine Null ergänzen und dann noch so viele Nullen bis zum Komma. 21 Hektoliter und 5 Liter sind also 2.105.000 Milliliter. Noch einmal Obacht, Achtung! Ein Halb ist immer die Hälfte von etwas. Zum Beispiel ein halber Liter ist die Hälfte von einem Liter. Die Hälfte von 1000 Milliliter sind 500 Milliliter. Ein Viertel ist die Hälfte von der Hälfte. Zum Beispiel ein Viertel Liter ist die Hälfte von der Hälfte von einem Liter. Die Hälfte von 1000 Milliliter sind 500 Milliliter. Und davon nochmal die Hälfte sind 250 Milliliter. Drei Viertel ist die Hälfte plus die Hälfte davon. Zum Beispiel ein Dreiviertel Liter ist die Hälfte von einem Liter. Die Hälfte von 1000 Milliliter sind 500 Milliliter. Davon die Hälfte ist 250 Milliliter. Und 500 Milliliter plus 250 Milliliter sind 750 Milliliter. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an eure Klasse und Freunde weiterempfehlen würdet. Vielen Dank und bis bald! 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 Untertitelung des ZDF, 2020